Herzlich Willkommen im Objektwoche, dieses Mal in der Halloween Edition. Warten Sie kurz, ist es Ihnen zu dunkel? Ich schalte kurz das Licht an. Mein Name ist Ivan Erstic und heute stelle ich Ihnen diese 3-Zimmer-Mietwohnung vor. Die Mietwohnung verfügt über eine hofseitige Lodger und wurde gerade frisch renoviert. Und wie Sie hinter mir sehen können, ist auch eine nagelneue Küche dabei. Falls ich Ihr Interesse wecken konnte, melden Sie sich gerne bei einem meiner Kollegen oder bei mir. Bis bald und ein gruseliges Halloween! Die Mietwohnung Die Mietwohnung Die Mietwohnung Die Mietwohnung Die Mietwohnung Die Mietwohnung Untertitelung des ZDF für funk, 2017